Ja, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen auf unserem Facebook-Kanal zu unserem heutigen Facebook-Live-Talk. Mein Name ist Tilman Bauer und ich bin Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bevor ich Ihnen unseren Gast vorstelle, möchte ich gerne auf den Anlass des Gesprächs heute eingehen. Gestern am 27.01. haben wir in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht und weltweit allen Holocaust-Opfern. Denn vor 76 Jahren ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Anlässlich des Tages beschäftigt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung schon seit vielen Jahren mit dem Thema Erinnerung an die NS-Diktatur und an die Shoah. Und wir sehen es auch als unseren Auftrag an, uns mit aktuellen Themen von Antisemitismus, Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. In dem Zusammenhang steht heute auch unser Gespräch. Wir wollen uns heute mit dem Thema Erinnerungskultur beschäftigen, mit der Frage, wie können wir in der Gegenwart und Zukunft mit Erinnerung umgehen. Und ich begrüße dafür ganz herzlich Prof. Dr. Jens Christian Wagner. Er ist Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und gleichzeitig Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität. Beide Positionen, hat er gerade mir auch noch mal im Vorgespräch erzählt, hat er erst seit wenigen Monaten, seit Anfang Oktober inne. Aber er erkennt Thüringen schon sehr lange, war in Nordhausen und Weimar aktiv. Lieber Herr Professor Wagner, ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen und auch doch zu dem wichtigen Thema hier auf dem Kanal mal kurz und knackig mit drei Fragen ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, was sind denn überhaupt die Aufgaben von Gedenkstätten, insbesondere für die Erinnerungsarbeit im Blick auf NS-Diktatur und Schuhe? Na, wenn man das ganz knackig beantworten möchte, dann sind das eigentlich vier Begriffe. Und die heißen Forschen, Bewahren, Bilden und Gedenken. Fange ich vielleicht mal mit dem letzten Punkt an. Da kommen die Gedenkstätten her. Das Wort Gedenken steckt ja schon im Begriff drin. Es sind Orte nationalsozialistischer Massenverbrechen, an denen der Opfer dieser Orte, der Menschen, die an diesen Orten Opfer von Verbrechen geworden sind, gedacht wird, im Sinne einer Würdigung. Mittlerweile haben sich aber Gedenkstätten sehr viel mehr auch zu Forschungs-, Lern- und Bildungsorten entwickelt. Und da kommen dann die anderen drei Faktoren mit hinein. Bewahren, bilden und forschen. Wir erforschen die Geschichte, immer anwendungsbezogen. Anwendungsbezogen heißt zum Beispiel für Ausstellungen, für pädagogische Formate, für Publikationen. Immer Produkte, die darauf ausgerichtet sind, in die Gesellschaft hineinzuwirken mit dem Ziel, historisches Bewusstsein und historisches Urteilsvermögen bei den Menschen zu stärken. Und das ist auch das Ziel unserer Bildungsarbeit. Bildung und Forschung sind ohnehin sehr eng miteinander verschränkt. Wir empfangen und betreuen in Nicht-Corona-Zeiten täglich Dutzende Gruppen von Menschen, die in die Gedenkstätten kommen. Häufig junge Gruppen aus den Schulen, die mehr oder weniger intensive Betreuungsformate in den Gedenkstätten buchen. Und dann von meinen Kolleginnen und Kollegen betreut werden. Am liebsten ist es uns immer möglichst zeitaufwendige und damit intensive, auch inhaltlich intensive Formate anzubieten. Also Tagesprojekte oder sogar mehr Tagesprojekte. Und auch das Bewahren gehört dazu. Die Orte, an denen wir uns befinden, die Gedenkstätten, sind auch historische Orte. Das sind Tatorte mit einer historischen, mit einer baulichen Evidenz. Es gibt Reste des Konzentrationslagers. In Buchenwald zum Beispiel ist das ehemalige Krematorium erhalten geblieben. Es sind einige andere Gebäude erhalten geblieben. Sie kennen sicherlich das Torgebäude mit der schmiedeeisernen Tür, mit den Buchstaben, mit den Sätzen, mit dem Satz, jedem das Seine. Das sind alles historische Relikte, die bewahrt werden müssen. Und dafür brauchen wir wissenschaftlich fundierte Konzepte, wie bauliche Relikte, aber auch zum Beispiel wie die museale Sammlung, die wir haben, auch das Archiv, das wir haben, wie diese Dokumente, die Beweismittel sind für den S-Verbrechen, konserviert erhalten bleiben können und wie sie natürlich auch inventarisiert werden können und für die Forschung zugänglich gemacht werden können. Da spielt das Stichwort Digitalisierung auch eine starke Rolle. Ja, und dann kommt die Bildung ins Spiel, über die sprach ich eben schon. Und Bildung findet nicht nur statt, indem wir Gruppen in der Gedenkstätte betreuen, auch sehr, sehr viele Einzelbesucherinnen und Besucher. Insgesamt gibt es in normalen Jahren etwa 500.000 Besucher in Buchenwald und etwa 60.000 in Mittelbau und Dora. Das ist ja die zweite Gedenkstätte, die wir als Stiftung betreiben. Sondern wir versuchen auch gewissermaßen zu den Menschen hinzugehen, indem wir unsere Webangebote sehr stark ausbauen und seit einigen Jahren auch in Social Media recht aktiv sind. Vielen Dank. Wir wollen ja heute insbesondere über das Erinnern sprechen. Ich denke, da spielt der Bildungsaspekt und dann auch wieder der Forschungsaspekt auf jeden Fall mit rein. Und daran schließt dann auch die zweite Frage an, vor welchen aktuellen Herausforderungen, auch im Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen beispielsweise, stehen Sie denn da in Ihrer Arbeit? Im Grunde haben wir im Augenblick drei große Herausforderungen, die zusammen doch eine gewisse Umbruchssituation in der Gedenkstättenarbeit bedeuten. Erstens ist das der Abschied von der Zeitzeugenschaft. Es gibt noch einige Überlebende, die waren aber Kinder oder Jugendliche, Erwachsene, ehemalige Häftlinge, die im Erwachsenenalter befreit wurden, gibt es fast nicht mehr, weil die dann ja mindestens an die 100 Jahre alt sein müssten. In einigen Jahren wird es überhaupt keine Überlebenden mehr geben. Und es wird übrigens auch die Erlebnisgenerationen auf der Täterseite nicht mehr geben, die die deutsche Gesellschaft in den ersten Nachkriegsjahrzehnten stark geprägt hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in einer Zeit leben, in der das Erstarken von Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus, Abschottungspolitik, Europafeindlichkeit, Stichwort AfD, in Deutschland und aber auch in vielen anderen Ländern dazu geführt hat, dass wir einen erinnerungskulturellen Klimawandel erlebt haben. Die Grenzen des Sagbaren haben sich nach rechts verschoben. Der Wind, der von rechts weht, ist stärker und der ist kälter geworden. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und der dritte Punkt ist, und das bedingt sich alles einander, also eigentlich alle drei Punkte bedingen sich einander, also Abschied von der Zeitgenossenschaft, erinnerungskultureller Klimawandel nach rechts. Und der dritte Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, ist unsere mediale, unsere digital-mediale Gesellschaft, nämlich der Umstand, dass Wissenserwerb, das politischer Diskurs, das auch historischer Diskurs mittlerweile nicht mehr in den klassischen Lehrbüchern stattfindet, die wir alle in den Büchern, in den Regalen stehen haben, und auch nicht mehr im Fernsehen, so wie das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, sondern im Netz. Und im Netz haben wir es mit sehr viel ungefilterter Information zu tun, was prinzipiell erstmal nicht schlecht ist, aber bei dieser ungefilterten Information ist sehr viel Fake History dabei, ist Desinformation dabei. Und diese drei Punkte, die ich eben erwähnt habe, die bedingen sich gegenseitig. Es fehlt sozusagen das Schutzschild der moralischen Autorität der Überlebenden, der Wind von rechts wird stärker, und gleichzeitig erleben wir Desinformation im Netz. Und das alles führt dazu, dass wir mit sehr viel mehr Geschichtsrevisionismus zu tun haben, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Und diesem Problem müssen sich die Gedenkstätten stellen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln, methodisch, medial, aber auch inhaltlich, wie wir Gedenkstättenarbeit zukunftsfähig aufstellen können. Daran möchte ich gleich auch nochmal anknüpfen, möchte aber nochmal eine Ergänzungsfrage zu den Herausforderungen stellen. Also wenn Sie jetzt diese drei Zeitzeugenschaft, Rechtsruck in der öffentlichen Debatte und das Problem Social Media oder Auseinandersetzung in sozialen Medien angesprochen haben, wie äußert sich, also das klingt sozusagen in erster Linie so, als würde da aktiv sozusagen das Thema Erinnerung verschoben. Aber man könnte ja auch sagen, also wir hatten es im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, Sie haben sich ja in der letzten Zeit auch geäußert zu Schlittenfahrern an der Gedenkstätte, denen man jetzt ja keine aktive Gegenhaltung oder ein aktives sozusagen Leugnen oder eine Kritik gegenüber der Erinnerungskultur unterstellen möchte, sondern eher ein Unwissen. Wie ordnet sich denn sowas ein in der Praxis denn? Das hängt mit dem ersten Punkt zusammen, den ich erwähnt habe, den zunehmenden Abstand zu den historischen Ereignissen, dem Generationswechsel, dem Abschied von der Erlebnisgeneration und diejenigen, die heute in politische, in ökonomische Entscheiderpositionen gelangt sind. Das ist eine Generation, die sind 30, 40 Jahre alt und die Jüngeren sowieso, haben keinerlei persönlichen Bezug mehr zur NS-Zeit. Und was schwindet in der Gesellschaft ist das Bewusstsein dafür, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ganz grundlegend ist für unsere demokratische Selbstverständigung. Das war in den 50er und 60er Jahren in Ost und West noch anders. Auch wenn wir es in dieser Zeit, insbesondere auch in Westdeutschland, mit einer starken Abwehr zu tun gehabt haben, einer Abwehr, sich mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen, sich eher selbst als Opfer des Krieges zu fühlen. Trotzdem hat man sich aber immer am Nationalsozialismus abgearbeitet. Und was wir sozusagen parallel zu einem Erstarken von dezidiertem Geschichtsrevisionismus, also einem aktiven Geschichtsrevisionismus, so wie Sie das eben genannt haben, erleben, ist sozusagen parallel dazu und vielleicht auch bedingt dadurch eine Form von Ignoranz, von Nicht-Wissen-Wollen oder, sagen wir es vielleicht etwas wissenschaftlicher, von mangelndem Geschichtsbewusstsein zu spüren. Und dem müssen wir entgegenwirken. Wir müssen den nachwachsenden Generationen vermitteln, dass die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen grundlegend ist auch für ihre demokratische Selbstverständigung, für ihre Selbstbefragung auch in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer Gesellschaft, die liberal ist, die offen ist, die demokratisch ist oder in einer Gesellschaft, die auf Abschottung, auf Rassismus und Antisemitismus basiert. Und letzten Endes ist das eine Entscheidung und sind das Aushandlungsprozesse, die wir alle gemeinsam treffen müssen. Sie haben den Auftrag jetzt sehr klar formuliert und haben auch die neuen Methoden angesprochen vorhin. Und dann komme ich auch sozusagen zu unserer Frage Nummer drei, die Sie ja, also Sie haben es schon beantwortet, stückweise, also brauchen wir eine neue Erinnerungskultur? Das kann ich, denke ich, bejahen, nachdem wir was besprochen haben. Die Anschlussfrage nochmal konkret, wie kann die denn aussehen oder wie muss die aussehen? Ja, also nach meiner Meinung gibt es tatsächlich doch einige Defizite bei unserer aktuellen Erinnerungskultur. Das fängt schon mit Begrifflichkeiten an. Sie alle kennen dieses Mantra-artig vorgetragene, ihr sollt euch erinnern. Gerade gestern haben wir das wieder in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Reden gehört. Dann möchte ich aber mal fragen, woran sollen, also erinnern, erinnern kann man sich ja eigentlich nur an etwas, was man selber erlebt hat. Und dann ist zu fragen, an was sollen sich eigentlich 16-jährige Schülerinnen und Schüler erinnern, die in eine Gedenkstätte kommen? Menschen, deren Großeltern schon in den meisten Fällen heutzutage den Nationalsozialismus gar nicht mehr selbst erlebt haben. Und wenn die dann konfrontiert werden mit dem Erinnert euch, wo man immer sozusagen den erhobenen Zeigefinger schon gleich dahinter sieht, dann führt das zu Abwehrreflexen, weil dieses Erinnert euch appellativ moralisch aufgeladen ist. Und damit lockt man tatsächlich keinen Jugendlichen hinter dem Smartphone hervor. Wir brauchen eine aktivere Form von Erinnerungskultur, auch wenn ich diesen Begriff jetzt, Erinnerungskultur, benutze, weil er einfach eingeführt ist. Ansonsten verwende ich eher den Begriff der Auseinandersetzung mit der Geschichte statt der Erinnerung. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, uns zu sehr beim Blick auf DNS-Verbrechen mit dem Blick auf die Opfer gerichtet. Und das ist sozusagen im Sinne der Würdigung ja auch völlig richtig gewesen. Wir wollen ja nicht die Täter ehren und der Täter gedenken. Aber es reicht nicht nur, auf die Opfer zu blicken und sie zu bedauern, sie zu beweinen. Wir müssen auch fragen, warum sie zu Opfern geworden sind, wer sie zu Opfern gemacht hat. Und das heißt, nach den Täterinnen, nach den Tätern, nach den Zuschauern, nach den Profiteuren der NS-Verbrechen zu fragen, insbesondere aber zu fragen, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die radikal rassistisch aufgeladen war und im Grunde auf zwei Säulen basierte. Die eine Säule waren Integrationsangebote an die sogenannten Volksgenossen, die in der propagierten Volksgemeinschaft, so nannten das die Nazis, zusammenfanden. Und die andere Säule waren die Ausgegrenzten, die Verfolgten und am Ende Ermordeten, die nicht dazugehörten. Und die Wechselwirkungen zwischen der Inklusion und der Exklusion, die müssen wir in den Blick nehmen und uns dann auch mit der Frage beschäftigen, was so viele Deutsche veranlasst hat, bereitwillig mitzumachen, selbstmobilisierend sich in den Dienst des Regimes zu stellen. Es ist ja nicht so, dass die NS-Täter irgendwelche Nazis vom fremden Stern gewesen wären, sondern das waren Deutsche. Und es waren nicht wenige Deutsche. Und sehr, sehr viele haben mitgemacht. Deutlich mehr, als sich versucht haben zu entziehen oder gar Widerstand zu leisten. Und wenn man das durchdekliniert, warum so viele mitgemacht haben, dann sind das zum Beispiel Punkte wie die Gewöhnung. Die NS-Verbrechen sind ja nicht 1941 mit dem Überfall auf das Wirt und Jungen vom Himmel gefallen, sondern es gibt eine lange Phase von schleichender Entrechtung im Diskurs, in der Praxis, aus der Entrechtung über die Verfolgung, dann am Ende bis zum Mord. Das ist eine lange, schleichende Phase. Dann spielt sicherlich auch eine ganz, ganz große Rolle, spielen Kriminalisierungsdiskurse gegenüber den Ausgegrenzten. Die KZ-Häftlinge wurden der deutschen Bevölkerung als gefährliche Verbrecher dargestellt, von denen die Bevölkerung geschützt werden müsse. Und das wurde gerne geglaubt. Verheißungen der Ungleichheit spielten eine große Rolle. Den Deutschen wurde erzählt, wenn wir andere ausgrenzen, wenn sie sozusagen rausgenommen werden aus der propagierten Volksgemeinschaft, dann wird es euch besser gehen, weil es dann nämlich welche gibt, die ihr ausbeuten könnt, denen es noch schlechter geht. Und selbst wenn es den Deutschen vielleicht objektiv nicht besser ging, subjektiv war das eine Aufstiegserfahrung, wenn man merkte, dass andere ausgegrenzt werden. Und auch das hat zur Attraktivität des Regimes beigetragen. Und Sie ahnen vermutlich, worauf ich hinaus möchte. Die Punkte, die ich eben erwähnt habe, sind gar nicht genuin, nur nationalsozialistisch bedingt, sondern entfalten bei vielen Menschen auch heute eine mehr oder weniger starke Wirkung. Und so können wir sauber aus der Geschichte herausgearbeitet, sozusagen wissenschaftlich begründet und ethisch fundiert, Aktualitätsbezüge herstellen und damit den Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätten verdeutlichen, dass eine Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen auch mit ihrem heutigen Leben zu tun hat. Vielen Dank. Also auseinandersetzen, nicht nur erinnern, kann man es so salopp in einem kurzen Satz formulieren. So könnte man es formulieren. Oder man könnte auch sagen, verabschieden wir uns bitte vom Trauern ohne nachzudenken. Reflexion ist das Ziel. Vielen Dank, Herr Professor Wagner, für die prägnanten Antworten auf unsere Fragen zu dem wichtigen Thema. Ich freue mich, dass Sie mitgemacht haben bei unserem Denktag, weitere Veranstaltungen zu dem Thema. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag und freue mich, wenn wir uns auch bei anderer Gelegenheit persönlich mal begegnen können. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.